Ihr Maler Ich frag euch, darf ich es wagen? Es fehlt etwas euren Bildern. Warum malt ihr nur weiße Engel, die vom blauen Himmel schweben? Diese süßen kleinen Engel muss es doch auch anders geben. Warum denkt ihr denn nie daran, dass leicht ein Engel schwarz sein kann? Die vielen kleinen Engel sehen euch bittend an. Ob wir arm oder reich sind, wir werden alle vergehen. Das zeigt, dass wir alle gleich sind, wenn wir vor dem Himmel stehen. Warum denkt ihr denn nie daran, dass leicht ein Engel schwarz sein kann? Die vielen kleinen Nägel sehen euch bittend an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020